Herzlich willkommen auf dem Prospekt der Angebote der Kanal. Wir freuen uns, Ihnen auch in dieser Woche wieder eine große Auswahl an hochwertigen Produkten zu unschlagbaren Preisen präsentieren zu können. Besonders stolz sind wir auf unsere frische Abteilung, in der wir Ihnen täglich frisches Obst und Gemüse sowie Fleisch und Wurstwaren anbieten. Unsere Produkte stammen von ausgewählten Lieferanten und werden regelmäßig auf ihre Qualität geprüft. Diese Woche haben wir außerdem eine große Auswahl an Grills und Zubehör für Sie im Angebot. Egal ob Holzkohlegrill, Gasgrill oder Elektrogrill, bei uns finden Sie das passende Modell für Ihre Bedürfnisse. Und damit Sie direkt loslegen können, haben wir auch das passende Zubehör wie Grillbesteak, Grillanzünder und Grillbürsten im Angebot. Neben unserem breiten Sortiment an Lebensmitteln und Grillausrüstung haben wir auch viele praktische Haushaltsartikel und Elektrogeräte zu unschlagbaren Preisen im Angebot. Von Staubsaugern und Küchengeräten bis hin zu Werkzeugen und Gartenartikeln ist für jeden etwas dabei. Auch im Bereich Bekleidung und Textilien haben wir einiges zu bieten. Ob modische Accessoires oder praktische Arbeitsbekleidung, bei uns finden Sie alles, was Sie für einen stillvollen Auftritt oder einen produktiven Arbeitstag benötigen. Besuchen Sie uns in Ihrem nächstgelegenen Aldi Südmarkt und überzeugen Sie sich selbst von unserer großen Auswahl an Produkten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung. Wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und ihr uns auch in Zukunft unterstützt. Um nichts zu verpassen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr es mit einem Daumen nach oben markiert und mit euren Freunden teilt. Auf diese Weise können wir noch mehr Menschen erreichen und unsere Community vergrößern. Wir freuen uns auch immer über eure Kommentare und Feedback. Lasst uns gerne wissen, was euch gefällt und was wir noch verbessern können. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!